Musik 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 Die Zahlerjäger kommt zu 100 Meter Wackel und das wird eine ganz, ganz lange Kiste. Und jetzt ist er noch ohne Hand mitgefahren und mittlerweile steht er da, Fugel in der Sonne, ein wunderschöner Traktor. Jana Schäufels, der gibt niemals auf der jungen, der treibt für ihn Trank Perfektion an, das muss man so sagen. Und ich drück ihm die Daumen hier, dass er einen satten Start hinlegt. Ihm fehlt aber so ein richtig dickes Erfolgserlebnis, mal so ganz vorne mitzufahren, dauerhaft in der Meisterschaft. Der Traktor gibt das auf jeden Fall her, aber in letzter Zeit auch immer wieder mal Pech gehabt. Und immer wieder mal gab es kleine Rückschläge, aber never give up ist die Devise. Jana Schäufels, Feier machen kann er auch schön, hier und auch hier. Das sind genau die Bilder, weswegen er immer wieder fotografiert wird. Ja, leider schneller. Da musst du halt aber auch schnell am Abzug sein. Mal, neue Hinterräder, oder? Neue Hinterräder und überhaupt hat sich optisch was getan. Also das sieht aus, als wenn er dann mal tüchtig nachgearbeitet hätte. Er hat es gerade schon gesagt, er war ja einer der allerersten Superspornler in Deutschland. Und ja, da hatte ich rechtliche Erfahrung. Aber auch immer dieser lange Startvorrang bei ihm. Das hat er noch nie so richtig in den Griff bekommen. Es dauert immer unheimlich lange, bis der Motor wirklich richtig schön dreht, bis der Nahdruck sich aufbaut. Verschluckt sich immer wieder mal so, wie jetzt wieder zu sehen ist hier. Ah, jetzt wird es aber langsam. Jetzt kommt er langsam. Tür braucht ihr, liebes Publikum, Jana Schäufels! Das ist auch noch nicht die Runde. Da ist hier im Finale. Reicht das jetzt schon 100 Meter? Ja, ich glaube, es ist ganz knapp nicht. Oh nein! Was? In dieser Klasse sind sie ja alle gut, aber wenn es Top-Traktoren gibt, die ganz oben mit spielen, dann ist das ganz sicher dieser hier. Red Evolution, you have on it. Tschüss. Musik Ja, von der Radian Reds und Man in Green, hier ist Jürgen auf dir, Jan aus Schäumels, der starke Tier, er will hier natürlich möglichst aufs Treppchen fahren. Und er war der Beste, der Beste hinter den beiden Fullpults. Er hat den Fullpult am knappsten verfehlt, ist sozusagen Top 3 der Top 5-Lösung, wenn man so möchte. Und wenn einer hier aufs Treppchen fahren kann, dann hat er am meisten Ambitionen angemeldet. Für hier Leute, die und auch dir, Jan aus Schäumels, auf geht's! Kann der einen draufliegen, kann er an, wenn hier nur ein vorbeigehen, da steckt Dampf drinne. Jürgen auf dir! Ohohohoho! Ohohoho! 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 Superfood qui Place! Wynnigas, er will in die Nacht. Wynnigas, er will in die Nacht. Wynnigas! Wynnigas! Wynnigas, 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 mobilisatorfwarn. 2.08 bei einem jungen 10-10-Kammera-Drittsal. 2.08 erstes von der Top 5. 2.08 bei einem Torfus aufgebaut. Schauen wir mal, was wir denn der Stefan nearly jetzt einstellen. Wynnigas! Die Räder war nicht groß. Die Räder war nicht groß. Liebes Himmelklamm, habt ihr einen riesen Applaus für den Stefan Nasske? Danke. Ja, ich war groß. Juhu. 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 Jackie. Ich weiß, kann ich nicht das sein, Herr. Juhu, ich weiße. Und wir haben hier ein bisschen viel Spaß mit dir. Wir haben hier ein bisschen Spaß gemacht. Wir machen uns ein bisschen Spaß. Keiner Puls von... So, der nächste Einsteiger. Die Puppers sind da und die Luft geht hinaus auf den letzten Meter. Der Sloppy ist da. 2750 PS. Ein Turbolader, nächste Aufladung. Er ist der Nächste, der sich stark bereit macht. Und wir hoffen natürlich auf einen Fútbol. Haben Sie die Technik in den Griff bekommen? Das ist die große Frage. Die Musik ist schon mal geil. Jetzt macht er so'n kleiner Wunsch einfach. Einer der stärksten Europas. Die Schlag ist los und es ist noch nicht aus der Niederlande. Es heißt ganz schnell, 2750 PS. Das gibt's noch nicht. Er läuft nicht richtig. Er läuft nicht richtig, der Sloppy. Er läuft nicht richtig. Man, 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 weg. Er ist richtig. Es soll nicht sein! 1,2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Musik Heiduk Heiduk Das ist der Wahnsinn! Das ist der Wahnsinn! Was machen die Franzosen? Was macht die Vierfach-Termin aus Frankreich? Zählen wir den X-Druck von Polen! Das ist der Wahnsinn! Der Röntetoppe von Polen! Der Röntetoppe von Polen! Das ist der Witz. Der Röntetoppe von Polen! Vielen Dank für's Zuschauen! Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und finale! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.